Hallo Ja Luca ganz äh professionell Komm doch Sieht, oh Eisen Geh weiter Wie viele Fackeln hast du? Keine mehr, da ist auch schon Änderung, da ist wieder Eisen Ja, baue mal ab Ich um mir die Kohle Ich glaube für den Part war es das, aber lass einfach mal noch 5 Minuten länger aufnehmen Ja Mein Festplattenspeicher sprengt das übelst, ey, das kannst du aufnehmen Wo bist denn du jetzt hin? Ich gehe zurück Ah so, gleich gesehen Geh du mal da weiter, ich guck mal nach was Oh, ein bisschen Stein ab hier So So Oh, meine Spitze sind du auch gleich ein Geist auf Hast du keine 2 mitgebracht? Ja, unvorbereitet würde ich sagen Ja, perfekt, ja Kann ich gleich nur auf den Stimmen Die kannst du machen Geben, was страх Ja, ich bin Teil, ich bin Teil, ich bin Teil, ich bin Ich bin Prozent Prozent Luka du nervst du bist eingesperrt so das war unnötig und Prozent weiter geht ich gehe mal wieder raus was schon wieder nach oben er draußen alles klar auf den Kampf die Tio da hallo schnelle Reaktion wo bist du denn aber so hochmann er hat dann muss man nur noch machen ja das was die Sinne komm mal hoch wird und weder tp sich entschalte Sammern ein klar und liefern mir ein eiskaltes Bettel Prozent so gut wie ein abzieht als Köln Kripp Kommerdor sie Prozent 0 hallo der Blut bringt sich zu explodieren. Wo bist du überhaupt? Nein Rüsten. Ah, meine Fresse. Bitte drop was. Wolf Wolf Ja, stimmt was? Ich weiß nicht, sind jetzt Oktopus, Oktopus, Oktopus. Kragen, Oktopus, Kragen sind das, ne? Ja, so. Ja, dann schnapp dir mal die Wölfe. Ich habe einen, wenn er mich nicht nimmt, bring ich um. Schwein, stirb. Oh, oh, oh. Ah, deine Freundin geht auch auf mich los. Ach du Schande. Oh, 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 oh. Was hast du denn? Was passiert? Ein Skelett und ein Kripp auf einmal. Ah, übel schlimm. Ich habe so viel Mitleid. Ah, das hab ich nicht gesehen. Aber... Was war das denn bitte? Keine Ahnung. Ah, der Hund. Ich höre ihn, aber ich will mich nicht umdrehen. Ich baue die Kohle ab. Nervt nicht. Komm doch. Meine Güte. Ach da. Nein, der kommt gleich. Ich habe vergessen, das Zuckerrohr abzubauen. Also. Am Anfang. Ich hole mir das mal eben. Eigentlich ist das ziemlich sinnlos, hier in der Dunkelheit rumzurennen, weil die Leute gar nichts sehen. Ganz richtig. Ich mache mal Licht. Das hat sicherlich gebracht. Wir brauchen unbedingt Scheren. Oh Gott. Nein. Ja. Ich habe noch vier Herzen geht eigentlich. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Wow, bis nach. Schluss. Der schießt auf mich. Alles gleich rennen wir zurück. So. 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 wo man sich den Niemann in den Tauß lernen entlernen ich hab so keine Ahnung von Deutschland keine Ahnung äh hier guck'ne Spinne rein guck'ne Spinne rein und wenn dabei gehe ich drauf oh ich hab' die Kugel geschlagen ey nein 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 schlag du sie für mich ja ist richtig Luca danke vielen Dank oh Junge ich hab' ein Herz mann du bist so ein Asi ohne Witz ja ich weiß dass es nicht wahr war das Reignen ich meine Güte die Jungfrau man wird man hier oben nur wo ich keine Ahnung Mokko kaputten keine Erklärung da ist die Beobachtung der Züge aufgenommen die unnötig das nicht ehrlich aufgenommen oder? Du bist so geil, dumm. Ich hab sie dir dahingestellt. War übelst der Brüller. Ohne Witz. Ich lag am Boden. Hm. Hm. Bisschen mehr... Hacke mal Eisen rein. Emotionen. Oder willst du noch frei fahren? Nee, kannst machen. Allen unnötigen Kram, der kann bei mir rein eigentlich. Ja, soll eigentlich so ne gemeinsame Kiste machen. Ja, ich mach mal hier kurz ne Dreckskiste. Das nötige hole ich raus. Ähm, kann ich mal den Clay braten. Braten? Braten. Braten. Alles klar. So. Ups. Ich crafte nochmal eben ne Kiste. So. Ähm. Was ist in deiner drin? Gar nix. Okay, dann lass das mal hier ne... So ne... Ach, verdammt. Wo machen wir ein bisschen holzen? Ja. Ähm. Das heißt hier, die gute Kiste. Ähm. Ah ne, jetzt kann ich gleich mal anbauen. Das Zuckerrohr. Ähm. Wo sieht das gut aus? Ah. Soll ich mit den holen? Ähm. Obwohl, das ist übelst unnötig, so weit wegzumachen. Ähm. Das ist ein bisschen... Ich muss überlegen, wo ich den Zuckerrohr. Das Zuckerrohr tue. So, vielleicht ein Steg oder so. Egal, wie es kaka aus. Egal. Ich hole mal kurz versuchen mal kurz einen Hund zu holen. Okay, mit zwei Knochen wird das echt eng. Oh mein Gott, auf dem ersten, was ist denn das? Geil. Ich war da noch an. noch ich bin auch noch holen ja den ruhig mal noch Prozent um ein Gott das zweite Mal sofort auf einem Knochen auf einem Knochen mit einem Knochen gleich mal 200 oder ja die Deppen kommt auch her große zweite Knochen und der zweite Lukas und das mit ihm gemacht nix laber keine Scheiße man auch die in der Ecke und hallo oder es liegt um der Hund Hallo ich würde machen gleich kaputt er guckt gegen die Wand Hallo bewegt dich meine Güte ganz ehrlich mit aus der Schlau nenn ich vor die Tür was geht denn jetzt ab so ein Wunder ist vollbracht ihr hieber schön hier die Samen auf ne ich hab links Prozent und die m m hoch um so